Ich will mir das auf die Nüsse geben, wenn sie mal abstürzen, ey. Das ist so kacke. Das ist so anzig. Boah. Geht doch. Spielverursacht auch nur... Okay, wir sind wieder online. Heute ist der Tag, Leute. Hassan kommt wie üblich um 16.30 Uhr. Ihr wisst, reist er mit sechs Mann Gefolge. Zwei bleiben beim Fahrzeug, vier gehen ins Hotel. Einer bleibt in der Lobby, einer in der Nähe des Aufzugs. Ein Typ vor der Tür, einer im Zimmer. Dort holt ihr ihn euch. Ihr habt vier Minuten zum Wagen zu kommen und abzuhauen. Fragen? Hassan in den Kofferraum? Gerade so. Alter. Preacher. Oh, Dubai. Dann können wir sofort. Große Häuser, ohne die großen Häuser. Warte. Bleib dran. Okay. Reacher, los. So, nochmal Auto. Boah, stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Nochmal, nochmal Auto. Wie viel Auto haben die denn? Wie viel Auto wollen die machen? Das ist hier nicht die Infospeed, Leute. Na egal. Ich muss erstmal gucken, ob hier nichts schiefgegangen ist, als das wieder in dem Fensterbildschirm ausgewechselt ist. Bis gleich. So, weiter geht's. Mal wieder schön Auto fahren. Mother. Mother, traf sie ins Auto und fahr. Ich hab deine Route. Roger, das ist die. In der Garage. Nein. Ähm. Ähm. Wer ist? Alter, wer ist? Äh. Wow. Ich spiele hier keine Trittung, Alter. War ja nicht so schlimm. War wie Wäsche abholen. Darst du schon den Wäscher abholen? Äh, das war's schon. Ich hab auch sein Handy und seinen Laptop. Was war Hassan? Guck mal. Jetzt ist er im Hotel los. Alter, schnell, ist so schnell. Okay, dann halt schnell. Darst du, bist du da? Alter, dann muss ich den Laptop bei Fernzug effektiv. Ich stelle die Verbindung mit meinem Handy her. Wir sehen die Daten später für euch. Entschuldigen wir uns so viel wir können. Warte. Kontakte die Kalentera. Alles wirst du finden. Ich weiß nicht, weil Dubai muss ich nach Dubai fahren. Okay, jetzt gehst du eine Weile geradeaus. Okay. Guck mal schnell. Ich fahr verkehrs... Äh... What the fuck? Der Kerl gefällt mir nicht. Wir sehen den Rückspiegel, Hammer. Geil! Wir sehen den Rückspiegel. Das ist die Rede mit uns. Wir können ihn gar nicht abhängen. Naja! Boah, leck mich da ja. Was geht denn jetzt ab, oder? Kastik, wo bist du? Boah, wenn man verfolgt wird, ist das schon viel geiler, wenn man jemanden verfolgt, ey. Sechs, Robby! Ich brauch ne Straße, Bruder. Schnell! Arrigaro! Du musst diese Typen abhängen. Da, sieh, du bist drin. A-Bring steckt. Roger, das ist ein Zembring. Tunnel und große Gebäude breiten. Das ist ein Scherz, oder? Alter! Woo! Okay, das ist schon ziemlich geil. Ich hab viel mehr erfahren als das andere. Was geht denn jetzt ab? Wuhuu! Okay, ich kann jetzt nicht irgendeinen Scheiß bleiben, aber hier will ich nicht konstant viel mal. Das macht echt Spaß. Kommt richtig viel hin auf. Alter, wie viele sind denn das? Da kommt doch einer! Ja, ach nein! Alter, das Auto ist teilser als die verdammte Sonne hier! Okay, was ist das? Alter, das Auto geht ab, Alter! Das ist geil! Na, was ist das denn so? Komm zum Haus, das ist das Bunk! Ja, ach nein! Okay, okay! Okay, rechts, rechts! Okay, rechts, rechts! Lassi, wir fahren auf die Shakes Variante, dort können wir sie abhängen! Haha, nicht vor Spielkamera! Cool, Bruder! Der ist verledigt! Wer merkt, dass das Spiel von EA ist? Lassi, wie ist der Verkehr? Nicht vor Spielkamera, also... Zwei Klicks nach Südlöser Verkehr, also häng die Kalle ab, dann hab ich eine Route für dich! Ja, das ist kein Problem! Stassen! Schaff ich! Ist dein Laptop aus? Komm schon, Bruder! Scheiße, das! Die sagt dem Bürgermeister von Dubai, sie brauchen mehr Handymasten! Alter! Ah, fuck! Gib die Auswahl von Dubai davon! Alter, was ist denn da für ein Gerammel hier? Mann, wo ist die hier? Seid für Hasen, Jungen, Alter! Ich bin nicht richtig! Gerammel wären völlig geil! Weg mit dir! Der ist erledigt! Dir ist klassische Arbeit! Reacher, runter da! Pass auf! Wir müssen hier rauskommen! So, das ist kein Problem! Für die Weihausfahrt! Für die Weihausfahrt! Für die Weihausfahrt! Scheiße! Hast du recht! Fahr vorsichtig, Mother! Du hast Gesellschaft! Ja, das ist kein Problem! Banker mit so viel Security? Das passt nicht, Dusty! LOL! Oh! Scheiße! 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 Schau! Oh... Fuck! Ah! Lass mal auf der Ab呢! Die Übertragung ist langsam funktionierbar! Ja, lang geht's mit! Die Böse Jungs hin sich! Bring dich in Sicherheit! Roger, Preacher! Rechts ran! Ja?! Also, okay! Also, wie ist das? Da sind sie. Warte, warte. Was machen die denn? Nicht bewegen. Wo? Bleibt außer Sicht. Och nein. Okay, Dusty. Sie verschwinden. Sie blockieren die Straßen. Rechts ausweichen. Okay. Das Motamenta ist, Dekko. Okay, Alter. Ich wollte kein Risiko eingehen. Wie sieht's aus, Dusty? Alles klar, los. Verstanden. Ihr habt die Ausfahrt blockiert. Habt ihr eine neue Route geschenkt? Nutzt die Bäume als Dekko. Warte, bis er vorbei ist. Warte, bis er vorbei ist. Okay, hier können sie uns nicht sehen. Leck mir die Eier. Fahre hier nach rechts. Nimm das Fundament als Dekko. Okay, okay. Wir sehen sie uns nicht. Alter. Das ist ziemlich geil. Ich muss mich echt konzentrieren. Gute Arbeit, Preacher. Gib Gas. Nein, also... Okay, du hast das Vögel verlassen. Och Gott, Alter, Alter. So, alles wird gut. Weiter geradeaus. Toll ja. Okay. Jetzt geht's los. Das ist echt geil. Bindung ist echt. Also, mal ein bisschen... Da wieder auf die Sechser jetzt. Mal ein bisschen Abwechslung vom Ballern. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Das ist sehr. Ich bin zurück auf den Weihwag. Ach, scheiße. Willkommen bei einem Auto. Alter, das machen die. Okay, du kommst jetzt gleich an eine Baustelle. Fuck. Kein Problem. Die Auswahl ist blockiert. Freacher, Verein, den Tunnel. Alles, kein Problem. Ich mach das. Oh, shit. Oh, fahr ihn. Ich will ihr den Ablegen. Sieh zu, dass du es hat, unsere Zeit, du Schatz. Wow. Und tschüss. Und tschüss. Ja, egal, Mann. Ja, kein Problem. Ja, scheiße, ich muss diesen Weg abnehmen. So, Mist, geil. Ab ihn. Tschüss dann, ne? Juhu. Ah. Kacke. Das ist wie Verkehr. Neun Uhr. Und schauss. Naja. Scheiße, scheiße, scheiße. Noch rechts, benutzt die Baustelle. Ja, mach ich, mach ich. Oh, scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung. Fahren die LKW vorbei? Marek, alles was mir will. Ich glaube, wir haben sie abgeheckt. Was sind die Hände? Nasti, bist du da? Entschuldigung, hab dich. Abliegen steht wieder. Du musst das Auto wechseln. Du bist gleich am Parkhaus. Check dein GPS. Okay. Roger. Breacher, fahr zum Parkhaus. Es kommt nach 500 Metern links. Sobald du das Auto gewechselt hast, bist du in Sicherheit. Langsam. Okay, da links ist die Einfahrt. Sekundärfahrzeug auf Ebene 1. Auto wechseln und so schnell es geht zum Exvibrationsbruch. Aber das ist jemand hinter mir. Roger. Wir haben das Sekundärfahrzeug, Dusty. Mach schnell. Wenn wir das Ding abschnappen, wir uns Hassern und verschwinden wir. Da war noch welche. Scheiße, ich hab mich nie gesehen. Wow. Ich hab's doch gewusst. Was der Teufel ist das? Weg hier. Was ist das? Warum hier denn her? Los, los, bring uns hier raus. Gerade fahren Autos in das Parkhaus. Dusty, such uns einen Weg hier raus. Oh, scheiße. Warte. Okay, okay. Stecken fest, Dusty. Auf der anderen Seite geht's raus. Fahr nach oben. Breacher nach oben. Nach weg, nach weg, nach weg. Das war einfach geradeaus, weiter. Bitte? Alter, das... Nach rechts. Oh Gott. Niemals. Leck mich. Wir fahren jetzt wieder runter. Ach, jetzt fährt wir runter. Äh... Roger. Ich hab euch im Auge verweistet. Ja, ja, alles gut. Fährst du hier? Achtung! Reacher, da kommt immer verdammt schnell auf dich zu. Ich seh dich. Bire jetzt nach links. Tolle Show, Pi. Dusty, bring uns aus der Stadt raus. Wir müssen zum sekundären Exfiltrationskrupp. Roger. Alter. Das war jetzt mega geil. Das war jetzt mega geil. Ich sehe ihn und fahr ihn, Breacher. Da kommt er. Breacher, du hast einen neuen Schatten. Dein Bruder, der Sandsturm könnte helfen. Wartig. Ich wusste, du würdest das sagen. Sorry, da auch. Du hast ihn gehört, Breacher. Ab in den Sturm. Klar. Kein Problem. Ihr müsst ihn abschütten. Ich kenn's Störer. Schon. Scheiße, wir nageln uns fest. Darst, wir sehen ja absolut gar nichts. Warte. Oh, fuck. Aber dann kann man das Auto so gelenk. Was ist da unten los, Leute? Ich sehe das gleich neu. Aber werden die Lichter nicht da. Darst du. Ich hab dich verloren, sein Fass. Scheiße, scheiße. Die Drohne und die Lichter schlossen. Wieso wollen die ihn überhaupt dringend? Wer sind sie? Wer verfolgt? Keine Sau der Welt hat so vieles die Kümmern zu tun, Leute. Ich denke, das war's, Breacher. Wir haben uns den Verfolger auf dem Schatten. Weil er kein Leben will. Sattel dient vermutlich auch. Ich hoffe nicht. Stau, fahr nach links. Vielleicht haben wir das gebraucht. Ich denke, er ist weg. Gute Arbeit, Breacher. Roger, sieht gut aus. Kommt zu schnelles. Geht zu links, Filtrationspunkt. Haffling steht, Masha. Das Auto sieht übel aus. Seid ihr okay? Ja, wir sind in Sicherheit. Hassan hatte da hinten sicher. Das war's. Masha, ich bin gerade... Okay, das war geil. Scheiße, 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 scheiße. Hassan. Ich bin gerade. Ja, ich bin gerade. Scheiße, 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 scheiße. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Ja.